Zwar genügend, aber dieses böse Wort mit C bringt uns immer wieder durcheinander und das werden ganz ganz viele wissen. Ich weiß, ich habe mich nicht ganz dran gehalten, weil viele Wirte haben ihren Bedienungen gesagt, nur nicht testen, das wollten wir nicht. Und wenn dich dann jemand morgens anruft und sagt, er kann nicht kommen, dann fehlt er halt und so schnell können wir es nicht ersetzen. Also ich bedanke mich nochmal erstmal für das Vertrauen bei der Gemeinde, auch beim Bürgermeister, der heute auch da ist, dass wir das dieses Jahr machen durften. Ich bin gerne eingesprungen, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und bedanke mich auch bei allen Gästen, die heute Abend hier sind. Herzlichen Dank und ich wünsche euch einen schönen, schönen Donnerstag und noch die restlichen Tage viel, viel Spaß. Viel, viel Spaß hier auf dem Volksfest in Maisach. Ich bin gerne hier, weil Maisach ist Maisach. Gemeinsam wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend mit dem Trio Schleudergang, den...